Musik. Gut, dass wir aus der Nummer raus sind. Stefanie Stattenbeck hat im Vorfeld zu mir gesagt, ich würde gerne so einen richtig schönen alten Schlager singen. Was machen wir? Und wir haben uns was Herrliches geeinigt. Eine großartige Komposition, die Michael Jari in den 40ern verfasst hat. Der größte aller Schlagerkomponisten schrieb das schöne Lied, das Karussell fährt immer, immer rundherum. Du gibst mir ein Einsatz. Ich gebe das. Ich will schlecht ein Einsatz. Das Karussell fährt immer, immer rundherum und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir im Kopf so kunterbunt und dumm. Doch ich find es trotzdem wunderschön. Komm, steig doch ein und fahr mit mir. Ich fahre einmal, zweimal, dreimal und das glöck mit dir. Das Karussell fährt immer, immer rundherum für das hochverehrte Publikum. Wow, bist du schnell. Hallo, hallo, ach, halten Sie doch an. Ich wär so froh, wenn ich mal stillstehen kann. Oho, oho, mir wird ganz kalt und heiß. Ich rufe, halt doch, weiter geht's im Kreis. Das Karussell fährt immer, immer rundherum und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir im Kopf so kunterbunt und dumm. Doch ich find es trotzdem wunderschön. Komm, steig doch ein und fahr mit mir. Ich fahre einmal, zweimal, dreimal und das glöck mit dir. Das Karussell fährt immer, immer rundherum für das hochverehrte Publikum. Für das hochverehrte Publikum. Für das hochverehrte Publikum. Ah! Was? Wie? Ja! Vielen Dank.